Ich bin jetzt gerade auch erst gekommen, deswegen kann ich noch gar nicht sagen, wie es in der Mannschaft angekommen ist, sondern nur davon reden, wie es bei mir angekommen ist. Das gibt mir ein paar Fragezeichen, natürlich. Ich hätte mir da durchaus etwas anderes gewünscht, vielleicht auch, dass man sagt, wir klären uns erst mal, was bei der WM passiert und dann danach vielleicht auch in den Erholungsurlaub gehen können. Aber nichtsdestotrotz ist es jetzt so passiert, müssen wir schauen, was da jetzt in Zukunft kommt. Aber Stand jetzt müssen wir uns einfach fokussieren auf die zwei Spiele, die wir haben, da alles geben. Wir haben einen klaren Auftrag, den wir hier verfolgen und mit Horst, einem guten Trainer, jetzt auch an der Seite. Dadurch, dass man da eh keine Macht drüber hat, bin ich einfach nur hier, um meinen Job zu machen. Das ist zwei Spiele zu gewinnen und alles Weitere wird der DFB dann regeln. Nein, ich habe keinen Kontakt mit ihr gehabt, weil ich habe auf der einen Seite Britta Carlsen, ist ja auch da, die die Spiele vor mir gemacht hat. Und ich denke, wie das jetzt geregelt ist, das muss der DFB dann entscheiden. Also das ist jetzt nicht mein Bier, sondern ich konzentriere mich halt jetzt einfach weg auf diese, erst mal diese beiden Spiele. Ich hoffe, dass es letztendlich vier Spiele werden und dann auch die beiden Playoffs werden.